Die Firma Metago Edelstahltechnik AG wurde 1972 in Heinfeld in Niederösterreich gegründet, ist zu 100 Prozent ein österreichisches Familienunternehmen und hat sich spezialisiert auf Edelstahl-Dünnblechverarbeitung. Wir haben rund 100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am Standort Heinfeld. Kernkompetenzen, die wir hier bestreben und leben, sind das Schleifen, Schweißen und das Abkanten. Diese Kernkompetenzen spiegeln sich in unseren Produkten wieder in der Qualität, in der Anlebigkeit und natürlich in der Funktionalität. Die Metago Edelstahltechnik AG fertigt pro Jahr ungefähr 500 Tonnen Edelstahl. Zusätzlich zum Edelstahl produzieren wir auch andere edle Metalle und auch Aluminium in geringen Mengen. Wir haben ungefähr einen Jahresumsatz letztes Jahr erreicht von rund 11 Millionen Euro. Von diesen 11 Millionen Euro machen wir ungefähr 80 Prozent in der Großküchengastronomie. Der Rest ergibt sich aus den Produktsegmenten Labor und Ladenbau sowie Gehäuse und auch Lohnfertigung. Einen geringen Teil machen wir aber auch im Design- und Umsatz. Die restlichen anderen 50 Prozent generieren wir in der Schweiz und natürlich auch in Deutschland. Wir haben aber neben den Hauptexportmärkten auch andere Länder, die wir auch bedienen, zum Beispiel Projekte in Dubai oder auch auf dem Kanal. Unsere Stärken sind maßgeschneiderte Lösungen in vielen Bereichen für Edelstahl. Natürlich auch die kurzen Vorlaufzeiten und die Liefertreue ist sehr wichtig. Zusätzlich auch die Qualität und die Langlebigkeit unserer Produkte. Aber natürlich auch wir versuchen mit unseren Fachplanern und Fachhändlern immer wieder kunden- und lösungsorientierte Produkte auf den Markt zu bringen. Da sind wir stark. Wir haben auch langjährige Mitarbeiter, die seit Jahrzehnten im Unternehmen sind, die mit ihrem Expertenwissen auf diese Kunden eingehen können und Lösungen finden. Die Fertigungstiefe ist sehr hoch bei uns. Also wir haben von der Entwicklung bis zum Blechverarbeitung bis zur Kältetechnik können wir das gesamte Produkt oder Portfolio abbilden. Und das macht uns eben aus. Deswegen können wir maßgeschneiderte Lösungen für die Kunden liefern. Vor Installation der Salvanini-Anlage haben wir ausschließlich mit herkömmlichen Abkantpressen gearbeitet. Elektrisch als auch hydraulischen Pressen. Die Biegelprogramme sind dabei direkt an der Abkantpresse erstellt worden. Wobei hohe Stillstandszeiten und auch die durch Abkantpressen bekannten Rüstzeiten sehr hoch waren. Es ist für uns seit jeher wichtig, stets einen Maschinenpark am aktuellen Stand der Technik zu haben. Unser Auge ist immer darauf fokussiert, am Markt neue Möglichkeiten zu suchen oder Veränderungen auch in der Technologie wahrzunehmen. Und das hat uns bewegt, hier in eine neue Möglichkeit zu investieren. Viele Teile unseres Produktspektrums sind in den Abmaßen und in der Bauform wiederkehrend. Mit der B2-Biegelmaschine konnten wir einen klaren Schritt nach vorne machen, um diese Teile in hoher Qualität zu produzieren. Es war ein richtiger Schritt, in diese Technologie zu investieren. Die Hauptvorteile, die wir mit der B2-Lin erreichen konnten, ist eine sehr hohe Qualität der Produkte im Biegebereich, wo wir dadurch sehr kleine Spaltmaße erreichen. Die kleinen Spaltmaße sind für uns auch sehr wesentlich, weil wir danach weitere Fertigungsschritte wie teilautomatisierte Schweißen besser händeln können. Die Beziehung zwischen Medagro und Salvanini würde ich beschreiben, indem wir eine sehr gute Beratung und kompetente Betreuung durch David Mörtenberg hatten, aber auch das komplette Salvanini-Team. Eine umfangreiche Analyse und Machbarkeitsstudie hat uns geholfen, die Entscheidungsfindung zu präzisieren. Durch das Wissen und Know-how unserer Experten oder speziell Biege-Experten im Haus haben wir es geschafft, die Anlage von Salvanini genau auf unsere Anforderungen zu spezifizieren. Es wurden nicht nur unsere Teile analysiert, sondern wir konnten auch live vor Ort im Werk die Teile ansehen, damit wir besser ausloten können, was im Bereich des Möglichen ist. Von der Fundamentplatte bis zum fertig gebogenen Teil und noch weit darüber hinaus hat alles sehr gut gepasst. Von der Implementierung der Maschine in unser bestehendes Hallensystem bis hin zu den Schulungen von den Anwendern, Programmierern und Konstrukteuren. Die Salvanini-Technologie unterstützt eine vernetzte Fertigung der Industrie 4.0, wobei wir beginnend vom QR-Code Daten für die Maschine übernehmen können. Es werden Daten eingelesen von Abmaßen und Parametern, Biegeprogrammen, die die Maschine ansteuert und in weiterer Folge wir auch Daten von Biegezeiten direkt ans ERP-System weiterspielen können. Wenn Teile einmal funktioniert haben, funktionieren sie immer wieder. Teile können ohne Rüstaufwand oder Programmieraufwand wiederkehrend in hoher Qualität und Prozesssicherheit produziert werden. Die Hauptvorteile, die wir durch das Biegezentrum von Anfang an hatten, waren die extrem hohe Geschwindigkeit. Ich war überrascht, wie ich zum ersten Mal die Maschine in Aktion gesehen habe, wie schnell und intelligent die Maschine rüstet und Teile produzieren kann. Durch die kürzeren Zykluszeiten an der Biegemaschine können wir teilweise unser Lager komplett reduzieren oder teilweise sogar auf Auftragsfertigung umsteigen. Das ergonomische Arbeiten für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist ein riesen Vorteil. Sie müssen nicht, wie bei herkömmlichen Abkantpressen, die Bauteile bei jedem Bug mit anheben und absenken. Salvanini hat sich als flexibles und termintreues Unternehmen mit Handschlagqualität erwiesen. Es hat sich daraus eine freundschaftliche Partnerschaft entwickelt. Wir können Salvanini mit vollster Überzeugung weiterempfehlen.